Die aktuelle Uhrzeit ist 11.45 Uhr. RE54 nach Bamberg von Gleif 2 Abfahrt 11.43 Uhr. Die aktuelle Uhrzeit ist 11.43 Uhr. RE54 nach Bamberg von Gleif 2 Abfahrt 11.43 Uhr. Die aktuelle Uhrzeit ist 11.45 Uhr. HLB RB58 nach Rüsselsheim Opelwerk von Gleif 3 Abfahrt 11.49 Uhr. Die aktuelle Uhrzeit ist 11.48 Uhr. HLB RB58 nach Rüsselsheim Opelwerk von Gleif 3 Abfahrt 11.49 Uhr. Die aktuelle Uhrzeit ist 11.50 Uhr. RE54 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof von Gleif 3 Abfahrt 12.18 Uhr. Die aktuelle Uhrzeit ist 12.00 Uhr. HLB RB58 nach Laufach von Gleif 2 Abfahrt 12.00 Uhr. Die aktuelle Uhrzeit ist 12.00 Uhr. HLB RB58 nach Laufach von Gleif 2 Abfahrt 12.00 Uhr. Die aktuelle Uhrzeit ist 12.00 Uhr. HLB RB58 nach Laufach von Gleif 3 Abfahrt 12.00 Uhr. Die aktuelle Uhrzeit ist 12.00 Uhr. Die aktuelle Uhrzeit ist 12.00 Uhr. Die aktuelle Uhrzeit ist 12.00 Uhr. HLB RB58 nach Laufach von Gleif 2 Abfahrt 12.00 Uhr. Die aktuelle Uhrzeit ist 12.00 Uhr. HLB RB58 nach Laufach von Gleif 2 Abfahrt 12.00 Uhr. ...43Mitte circa 15 min spät.